In diesem Video geht es um die besten Motorradhelme. Der Qualitätssieger in unserem Motorradhelm-Test geht an den Scorpion EXO Combat Evo. Dieser legendäre Transformer-Helm kehrt mit einer neuen Maske und neuen Grafiken zurück. Tauchen Sie ein in ein neues Fahrerlebnis mit dem brandneuen Scorpion EXO Combat Evo. Modernste Schale aus Polycarbonat-Verbundwerkstoff leises, aerodynamisch abgestimmtes Design für windkanalgetesteten Komfort. Kinnbügel mit EBS-Futter für zusätzlichen Schutz. Ventilationssystem regulierbare, indexierte Belüftungsöffnungen vorne und hinten, erzeugen ein Vakuum und maximieren den Luftstrom durch den Helm. Automatische mikrometrische Kinnriemenschnalle für schnelles Lösen und präzise Einstellung. Kinnmaske abnehmbar für den Wechsel zu einem Jethelm. Innenliegende, versenkbare Sonnenblende, die bei wechselnden Lichtverhältnissen sofortige Augenentlastung bietet. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der O'Neill Motorradhelm. Der Sierra R-Helm von O'Neill ist schlichtweg der Motorradhelm, den jeder haben muss. Im Vergleichstest in Europas größtem Motorradmagazin. Motorrad schaffte es der Helm in den Kreis der Testsieger und wurde als Kaufempfehlung in der Kategorie Adventure Enduro-Helme ausgezeichnet. Er begeistert mit seiner Außenschale aus ABS und durch diversen Lüftungen und innenliegenden Belüftungskanälen für eine optimierte Luftzirkulation für den Fahrer. Für zusätzlichen Komfort sorgt das herausnehmbare, schweißabsorbierende und waschbare Innenfutter. Seit der Saison 2020 besitzt dieser Motorradhelm einen Mikro-Lock-Verschluss für mehr Sicherheit. Ein weiteres tolles Feature ist das klare Visier plus der sekundär integrierten Sonnenblende somit bist für alle Gegebenheiten gerüstet und kannst deine Fahrt in vollen Zügen genießen. Ein besonderer Hingucker unter den Motorradhelmen. Mit Klarlack-versiegelten Dekoren und hochwertigen Farbqualitäten abgerundet mit einem glänzenden Finish, ist das ein Helm, den jeder haben will. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Motorradhelm-Test ist der Protect Wear H510. Motorradhelm-Integralhelm H510 im modernen Design Der Helm entspricht der Norm E-Jet 2205 aktuelle europäische Prüfnorm. Der Helm ist mit einem kratzbeständigen und bruchsicheren Visier ausgestattet. Dieses Motorradhelm-Modell verfügt über einen einfach zu bedienenden Einsteckverschluss mit Rasterung. Das Innenfutter ist komplett herausnehmbar und waschbar. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.